Du hast schon mal so ein langes Ei gesehen? Eww Oje Yeah! Was yeah? Ich kann den Mond sehen! Und Möwen! Ganz viele Möwen! Und Apothos-es-s-s-sen Sie sind auf den Oktober des Finalisten Lofs! bands formaldeckungsgesang hier massen Sien H coal. Ver könnte ich jetzt jedoch einen guten Weghaber K choisi kings Ich bin in der Arbeit, wer willst du sagen? Ghostbusters! Möwen, ey. Oh, schon da. Oh, ja. Dann wohnen wir mal. Okay. Oh Gott, ey. Muss man ihn wieder auf den Mond drauf stampfen oder so? Irgendwas war da noch. Auf der Gegenüberseite von dem Fleck, wo er steht. Aber eben in diese Pfosten hinein. Du wirst hier nie wieder rauskommen. Gleich wirst du Sterne sehen. Gleich wirst du alle sehen. Ey, bist du auch wieder da? Wir hatten ganz kurz so einen Gast. SATAN! Wow, guck, wie fies er dich gestoßen hat. Ich hab mich angebumst, der olle... ...Fuckfickvogel. Ich wollte schon Fuckfickl zeigen. Ein Fuckfickl! Ein Fuckfickl! What is he gonna do? Run! Geh du den Japper! Wow! Das kann ein paar Jahre dauern, bis dieser Kampf vorbei ist. Oh, ey. Leave me alone! Jetzt! Hey, hab ihn noch! Das war blütend. Das ist ein Wegeteil. Leave me alone! Kann ich ihm jetzt auch noch was anhaben? So lange er rot ist? Ja, ja. Okay. Er wird ihn nur nie wieder verzeihen, aber sonst... Keine Ahnung. Wow! Ey, das ist nicht fair! Ich muss mich ja irgendwie im Laufen erwischen. Das war gut, oder? Ohhhh! Was? Ohhhh! Ja, guck, wie böse er ist auf sich. Ja, ist mir doch scheißegal. Von mir aus soll er hier oben sich schwängern, ne? Sich selbst? Ja! Glaubst du mich, oder was? Nein! Mario! Ja, oder Baby Mario. Ja, wer schwängert Baby Mario. Ja! Boah! Also Leute, die... Moses Sickles haben, Sorgten mit zum Journal. nicht vor, ewig. Sie dürfen nicht etwas dem Laufen geben, nicht einfach in die anderen Seite. Von mirk und geboren. Du... G-G-G-G-G-G-g-G-G-G! W-G-G-G! Ha! Der erste! I'm the fucking best! Huh? Nichts! 51! And up! Oh, Yoshi kann fliegen! Der ist ja Reinhold Messner! Yeah! Damit ist Welt 5 geschafft und wir... Was passiert mit uns? Du stirbst! Warum ist es Nacht? Where are we? In hell! Das müssen wir alles nochmal machen. In... Psycho-Schwierigkeitsgrad. Wahnsinnige Geschwindigkeit und so weiter. Come on! Wie wär's mit einem Break? Break? Was soll ich dir Breaken? Am besten nicht meine Beine! Okay! 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 Also... Ähm... Ja! Ja! Wir legen einen Break ein! We are about to break! I break together? Yes! Okay! 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 Und dann würde ich sagen... Sehen wir uns ganz schmuf das nächste Mal wieder, wenn Annie das erste Level dieser Höllenwelt spielt. Das ich hoffentlich noch schaffen sollte! Ja! Ja! Denn du wirst auch das letzte Level machen müssen! Nein! Weit ich nicht! Ja! Nein! Nein! Sonst werden wir dieses Spiel nie durchspielen! Vielleicht pflegst du es ja auch darauf an! Nein! Es soll endlich vorbei sein! Hast du die Schnauze voll von dem Spiel? Nur von Yoshi! Ich hasse Yoshi! Nein! Na ja! Dann verabschied dich mal von den Lovern! Lovern? Was sind denn Lobber? Ja, Lobber eben! Ja, was ist das? Sie liebte! Du kannst ja auch kein Englisch! Ach, Lover! Ja, Lover! Ich hab Lobber verstanden! Lobber! Lobber! Lobster! Ich sollte niemals ein Spiel auf Englisch mit dir spielen! Zu spät! Yes! Ja! Dann sage ich... Tschüss bis zum nächsten Mal! Keep Gaming und du hast das letzte Wort für immer! Wünsch mir Glück! Wünsch mir Glück! Mach ich!